Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial, aktuell im Ausrüstungsbildschirm, weil da die Zeit nicht läuft. Ähm, ich konsumiere mal ganz kurz unser rotes Elixier, was wir im letzten Part gekauft haben. Das kostet natürlich auch Zeit. Was soll das denn? Und der Typ hat noch einen Tipp für uns. Hör mal in den Katakom... Hä? Warum... Warum erzählt der mir zweimal das gleiche? Ich hab außerdem das schon gemacht. Theoretisch. Ja, wir sind immer noch im Zeitrennen in der Heldenprüfung. Oh Gott, der gibt Geld. Äh, woop. Ich mach mal so und, äh, Bomben vielleicht noch. So, Kohle. Kohle haben wir schon mal. Nice. So. Ich halt mal kurz die Zeit an. Wir haben ja noch eine Mana-Bottle. Noch irgendwo. Okay. Ich hoffe, das reicht so. Shit. Den genau vor mir hab ich nicht getroffen. Wie erbärmlich. Oh, da ist auch noch einer. Zack. Okay, weiter geht's. Next round. Oh. Okay. Komm her, Freund. Zwei Stück, oder? Ja. Der hat mich eiskalt erwischt. Äh. Wie dumm. Nein. Oh Mann. Den hab ich auch nicht gesehen. Ah, sinnlos. Richtig sinnlos. Wo ist er? Hallo? Da hinten taucht er auch. Meine Fresse. Tut mir leid, Leute. Also das war jetzt echt richtig schlecht. So, Zeit anhalten. Äh. Zack. Zack. Noch eine. Nö. Okay. Was waren die beiden? Bam. Bam. Tschüss. Jawohl. So müssen die Runden laufen. Ebene 35, 14 Minuten. Oh Gott. So, da brauchen wir auf jeden Fall den hier jetzt. Oh. Oh. Hallo. Meine Güte. Was war das denn schon wieder? So. Da kannst du aber auch nicht viel machen, ne? Okay. Weiter geht's. Boah, die haben die Ebenen überarbeitet, oder? Das war alles vorher ein bisschen anders, glaube ich. Boah. Ich hab dich doch gestunt, Junge. Mann. Das war auch Pech, ey. So. Zack. Wo kommst du denn jetzt her? Meine Güte, ey. Das trifft das nicht. Reicht das? Nein, da ist noch eine Fledermaus. Oder so. Hallo? Flappy? Flappy hatte keinen Bock auf mich. Komm schon. Da ist immer noch eine. Alter. Was ein scheiß Raum. Okay, zwei von denen. Die machen wir easy weg. Komm. Schlag zu. Es tut mir übrigens immer noch leid, dass da eigentlich schwer steht und wir auf Mittel spielen. Habe ich leider vergessen zu ändern. Sorry dafür. Für die, die sich fragen, warum ich so wenig Schaden bekomme. Okay, Schattenling ist am Start. Komm, Schattenling. Mach hinne. Der ist natürlich jetzt auch ein bisschen stärker als sonst, ne? So geht der eigentlich ganz schnell. Perfekt. Das war eine gute Runde gegen Schattenling. So, ist Ebene 40? Ja, ne? Oh, geil. Und wieder in Grone. Komm. Hallo. Hallo. Red mit mir. Wo das Elixier? Nehmen wir mit. Und ich glaube, ich konsumiere es auch gleich. Ciao. Bis jetzt läuft es ja. Okay, nice. So, was sagst du? Hör mal, im Festungsvorhof befindet sich ein versteckter Schalter. Das kennen wir schon. Okay. Bomben. Und ich halte mal kurz die Zeit an. Wir haben gerade so viel Magie noch. Da kann man das, glaube ich, mal machen. So. Bombe. Tschüss. Kann man gut so machen, glaube ich, ne? Okay, irgendwas Unsichtbares? Okay, ich brauche das Auge der Wahrheit. Sorry. Ich dachte, ich schaffe es ohne. Na klar. Alter. Okay. Nice. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Okay, brauchen wir das Auge der Wahrheit noch? Ich lasse es nochmal ausgerüstet. Zack. Ähm. Hallo? Achso. Kann ich die? Ne, geht nicht. Oh, schieß. Das war, das war kacke, ne? Ja, das war kacke. Schieß. Okay. Komm, haut zu. Da hat ja noch einer. Äh. Was war denn mit ihm los? Okay. Äh. Haufen unsichtbare Gegner. Ich nehme mal den dazu. Ledermäuse sind auch am Start. Die Fledermäuse auch unsichtbar? Ne, ne? Doch. Shit. Boah, das ist so nervig und kostet so viel Zeit. So. So. Okay. Jetzt haben wir den Sack. Bang, ba-bang. Komm schon. Jetzt habe ich nur einen Treffer gelandet. Ich kasse den. Wenn ich jetzt eine Sprungattacke mache, stirbt ihr dann instant wenigstens? Soll ich das versuchen? Ne, ne? Besser auf Nummer sicher gehen. Biu. Biu. Ebene 45 ist das, glaube ich. Über die Hälfte Hammer. Wir haben noch über die Hälfte Zeit. Sollte passen. Wenn ich so weitermache. Ich glaube, ich muss jetzt nicht meine Strategie ändern. Ich sollte langsam, glaube ich, eher vorsichtiger spielen. Weil es ja doch eher schwieriger wird als... Shit. Okay, den kann ich lassen erst mal. Das gibt's doch nicht, alter. So. Da war noch Stacheln. Okay, warte, 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 warte. Ich halte die Zeit an. Ganz kurz. Schön. Dö, 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 dö. Äh. Oh. Das war dumm. Sind die unsichtbar? Die sind unsichtbar. Ups. Warte mal, Auge der Wahrheit. Natürlich. Ein unsichtbarer. So. Zack. Und weg. 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 Einfach nur dumm. War das schon wieder. Okay. So, pass auf. Ich versuch das jetzt mal mit einer Sprungattacke. Natürlich. Ich hoffe, ich habe wieder einen Gronen. Einen Gronen mit einer Fee am besten. Das wäre so nice. Ich habe keine Lust, vorsichtig zu spielen. Aber ich muss es langsam. Komm, jetzt heb deinen Kopf runter. Meine Güte. Hop, 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 hop. Okay, Ebene 50, glaube ich. Ah, shit. Ich brauche keine Krabbelminen. Was willst du denn mit Krabbelminen? So. Okay, 576. Eigentlich hätte ich ein blaues Elixier gehabt. Leute, eigentlich hätte ich ein blaues Elixier gehabt. Komm her. Papapapapa. Zack. Okay, das war der. Shit, shit. Okay. Treff ich? Yo, weg mit denen. Ciao. Und das ist scheiße. Und das war ein One-One-Hit. Na, da trifft er mich noch. Blödes Schleimvieh. Okay, warte, 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 warte. Äh, wir halten die Zeit an. Und ich hau einmal mit dem Hammer kurz auf den Boden. Und dann eins, zwei, drei. Oh, wo kommst du denn her? Viel Mana haben wir nicht mehr? Okay. Äh. I guess Feuerpfeil. Oder? Das geht gar nicht, während ich das andere Ding benutze. Okay. Der andere, wo ist der? Das kostet schon wieder so viel sinnlos Zeit. Okay, nice. Keine Ahnung, wo der gestorben ist, aber... Ich find's gut. So, Magie. Die muss ich einmal auffüllen. Dass da auch die Zeit weiter tickt, ne? Ah, ärgerlich. Aber wir waren komplett leer, deswegen muss das sein. So, Pfeile. Die Uhr. Und weiter geht's. So, das find ich human. Gegen den kämpfe ich gerne. Der ist so easy. Mein Lieblingskampf eigentlich, so kann man sagen. Ähm, das ist eigentlich auch easy. Junge. So. Und weiter geht's. So, das war der. Bum, bum, bum. Hört manchmal die Musik einfach auf, ne? Okay. Und weiter geht's. So, ist mir egal. Ah, ich mach da mal kurz den. Zack. 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 Und dann hol ich nochmal kurz unseren Enterhagen Rouse. Ah, shit. Geht das eigentlich? Ja. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Das war knapp. Gerade hab ich echt gar nicht aufgepasst. Das war nicht gut. Ne, ne, ne. So. Nein. Dieser blöde Stein hat mich jetzt noch getroffen. Ja, das war jetzt doof. So. Okay, Ebene 50? 55? Ich weiß es nicht mehr. Aber kein Gorone. Kacke. 50 Pfeile. Ja, nehmen wir mit. Pfeile können wir gebrauchen. Keine Ahnung, warum gerade dieses komische Geräusch kam. Dudululut. Als ob wir irgendwas geschafft hätten. Aber haben wir ja gar nicht. So. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig spielen. Zeitmäßig. Passt dicke. Zack. 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 I guess. Zack, zack. Hm. Haben wir Schaden genommen. Cool shit. Alter, was? Alter, Falter. So, tschüss. Die hasse ich am meisten, ganz ehrlich. So. Ich wusste irgendwie, dass er kommt. Boah, ein One-Hit. Nice. Er ist ja gar nichts mehr. Und er nochmal. Junge. Zack. 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 Okay. Er kommt jetzt nochmal von oben, oder? Ne, doch nicht. Okay, wir haben ihn. Oh, gut. Gut, gut, gut. Das lief gut. So, und er noch. Das schaffen wir easy. So. Ein bisschen wegbleiben. Sprungattacke, weg. Zack. Sprungattacke. Erledigt, Junge. So, warte, Geld nehmen wir noch mit. Und dann haben wir die Ebene geschafft. Äh. Zeit anhalten. 1000 Fledermäuse töten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay, ich hoffe, das reicht. Einer hat überlebt. Höh. Boah. Manchmal visiert ihr sie nicht an. Manchmal visiert ihr sie einfach nicht an. Ich kämpfe lieber gegen so einen Ritter, als gegen die, ganz ehrlich. Weil die haben halt einen Unsicht, äh, Unbesiegbarkeitsmodus, ne? So, ich glaube, da kommt noch ein Stylefoss dann. Richtig? Nein. Hä? Manchmal verstehe ich diese Ebene nicht. Zack. Kumpel. Das war's auch schon. Okay, jetzt haben wir nochmal zwei. Das ist auch einfach eigentlich. Das ist einfach. Ich glaube, das ist schon die letzte Ebene, ne? Das ist einfach. Ich verstehe es nicht. Das ist viel einfacher als manch andere Ebene. Das war's. Wir haben es geschafft. So, nein, du hast geschummelt. Da bin ich mir sicher. Ich glaube ich nicht. Hier, nimm das einfach. Du wirst mich immer in der Festung finden. Aber ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen werden. Okay. Gut, wir haben die letzte Flasche, Leute. Ich habe ein bisschen geschummelt. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich auf schwer spielen. Dann hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber vielleicht ist es besser so. Vielleicht ist es besser so. Vielleicht gibt es ja wirklich irgendwo in dieser... In dieser Halle. Vielleicht gab es auch in der Heldenprüfung jetzt hier irgendwo noch eine große Fee. Vielleicht hätte ich da mit uns ein bisschen ein Auge irgendwo gucken müssen. Vielleicht gibt es wirklich irgendwo eine große Fee. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, Leute. Wir haben es auf jeden Fall gewuppt. Wir haben 800 Rubine. Richtig nice. Drei Flaschen. Also theoretisch können wir jetzt das Boss-Ding machen. Ich würde mir mal noch ganz kurz das letzte Upgrade kaufen. Für den Helm. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann würde ich mich mal voll hochrüsten. Würde mir Tränke kaufen. Und würde offscreen, glaube ich, mal das Pilz-Spiel spielen. Von der Oma. Hier können wir uns noch mehr Geld holen. Und dann können wir unsere Tränke noch aufwerten. Das ist ja eigentlich alles in allem ganz geil dann. Und dann können wir in den Boss-Rush reingehen, Leute. Das ist dann im nächsten Part Phase, denke ich. So. Das Ding werte ich mir mal noch auf. Verbesserte Unheilhaube. Trägst du sie, wirst du nicht so langsam. Und sie verbraucht weniger Rubine. Ansonsten haben wir alles. Das ist die verbesserte Version. Das hier hat man ja auch schon abgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, was hat man da bekommen. I don't know. Ah, da hat man die Haube bekommen. Stimmt. Ich erinnere mich. Okay. Ja, ansonsten. Hammer ist soweit, ne? So, von dem können wir noch ein bisschen Kohle kriegen. Hä? Ich habe kein Geld bekommen. Ich habe kein Geld bekommen. Warum? Meint ihr, der Fuchs hat noch irgendwas zu sagen? Ich will noch mal kurz gucken gehen. Bis in Zeit, haben wir ja noch. Wir müssen ja nicht immer so Frühschluss machen, oder? Also er hat schon mal nichts zu sagen. Ich empfange Bilder aus Remdenwilden. Ah, ich muss die alle malen. Er ist einfach Künstler geworden. Also er war ja gar nicht hier. Warte mal, es war... Hier. Aber man muss schon Rückbärtsaldo machen, ne? Sonst funktioniert es nicht. Äh... Hat er irgendwas noch zu sagen? Ich glaube nicht. Aber ich will trotzdem noch mal kurz mit ihm reden. Ja, ansonsten würde ich sagen, im nächsten Part sammle ich Pilze und verbessere Tränke. Mit dem Spiegelmus kannst du jetzt die Welt aus einem ganz neuen Blickwinkel viel Spaß sehen, bla bla bla. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr weiterzuholen. Wenn ihr irgendwelche Tricks noch habt, irgendwelche Tipps, irgendwelche Geheimnisse, die ich noch nicht ergründet habe, schreibt mir das gerne, weil dann würde ich die noch gerne abklappern, damit wir auch das noch in dem Projekt hier gezeigt haben. Ähm... Ja, ansonsten... Hätte ich gesagt, wir... Machen es so, wie ich gesagt habe. Wir werden jetzt als nächstes... Was war hier? Ah ja. Wir kaufen uns jetzt noch ein paar schöne Tränke. Ich glaube, äh, blaues Elixier ist da das Beste. Und dann werden wir das von der Oma noch aufwerten lassen. So, machen wir das. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal zu Ultimate Trials. Tschüssi, Leute. Das war's für nosso�94. Und dann sind wir wirklich geht's langsam. Untertitelung des ZDF, 2020